Und morgen können wir noch Wiesenseeligkeit genießen und das denke ich in einer traditionsbewussten Art und Weise, die viele Jahre lang leider etwas in den Hintergrund getreten ist. Aber in diesem Jahr nicht. Ich würde sogar sagen, in diesem Jahr gab es eine Renaissance des historischen Wiesnverständnisses und einer unverfälschten Brauchtungspflege. Für diese Schütteposte mit. Es hängt mich gleich besser. Wir haben auch ganz gut geschossen. Herzlichen Dank. Möller-Schützen. Achtung! Möller-Lade! 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 Jetzt ist er los für unseren neuen Landesschützkönig Reinhard Führmann. Das geht sich ja heilig schon ganz gut hoch. Jetzt ist er los für die Helena Körbeke, unsere Jugendkönigin. Jetzt ist er los für unseren Jugendkönig, den Robert Huber. Jetzt ist er los für unseren Landesschützkönig. Jetzt ist er los für unseren Landesschützkönig. Jetzt ist er los für unseren Landesschützkönig. Jetzt ist er los für unseren Landesschfliesklen. Das geht nicht er. Fertig, gerade. Hölle auf. Rund, 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 Rund. Rund, 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 Rund. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.